So Freunde, ein bisschen hat es geschneit heute unter dem Tag. Wir fangen ja in der Nacht oder der Früh auch schon unterwegs. Ja und jetzt unter dem Tag hat es ein bisschen so dahin geschneit. Ja, es ist nicht viel, aber halt wegzuputzen ist es trotzdem und ein bisschen Salz hinzuhauen. Und ja, dann putzen wir das einmal durch, lassen wir es die Nacht schneiden und dann werden wir ganz froh wieder ausrücken. Schauen wir mal, was das heute angeht. Gemeldet hat er ja mehr Schnee. Das wird vermutlich aber nicht so eintreffen wie ich das jetzt einmal schätze. Er hat ja einmal ganz viel Schnee angesagt, aber es wird das auch reichen. Und Wind meldet er, Wind, Wind. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch nicht so viel Schnee, als wären die Schneeverwehungen und wir haben ja noch nicht so viele Probleme. Ja wohl. So, noch ein paar Beispiele, wo wir laufen, da müssen wir es aufheben, da ist wirklich ein Lecher drin, und ich habe hier alles kaputt. So geht es wieder. Jawohl, wunderprichtig. So gehen sie auf. So gehen sie. Das war's für heute. Ui, das schaut ja schön aus! Es ist ja wunderschön! Ja, da kommt noch kein Ried, oder? Das ist nicht optimal, oder? Aber was soll's? Besser will's nicht! Ja, da kommt noch kein Ried. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020